so die letzten 15 minuten jetzt sie suchen die lücke aber dann verlieren sie den ball das sah eigentlich durchaus vielversprechend aus schöner pass tolle spiel auch das wieder ein richtig schönes tor sie holen sich die führung zurück noch mal die wiederholung ja und nach dem fehlpass ist natürlich viel zu viel unordnung da und das wird eiskalt bestraft